Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen hier gerade im Jeanne-Barré-Garten. Wir sitzen hier gerade im Jeanne-Barré-Garten. Entdeckerin, Eroberin, Botanikerin und Menschenfreundin. Entdeckerin, Eroberin, Botanikerin und Menschenfreundin. Was uns von ihr erhalten ist, ist nicht nur dieser wundersame Garten. Was uns von ihr erhalten ist, ist nicht nur dieser wundersame Garten. Sondern auch diese Schrift. Dieses Blumenbuch. Diese Pflanzenfibel. Dieses Herbarium. Fraubarium. Fraubarium. Anhand dessen wir sie im November in Potsdam wieder auferstehen lassen. Wir werden Jeanne-Barré ehren und feiern. Ihren Geist beschwören. Und die einzige Wahrheit darüber berichten, wie sie vielleicht und möglicherweise die Welt umsegelt haben könnte.